Schaut mal, was Hopp-Hoppt er macht, wer er tat zur Nacht. Und was, wenn er sich versteckt, habt ihr ihn schon entdeckt? Hopp-Hoppt die Eule. Hallo, Hopp-Hoppt. Hallo. Oh, die kleine Eule hat mit dem Bein den Turm umgeworfen. Das war ein guter Wurf. Die Teile des Turms wurden verstreut. Rot, Rot, Gelb. Die grüne Halbkugel ist auf der Schnecke gelandet. Hopp-Hoppt sammelt die Spielsachen ein. Halbkugel, Halbkugel, Kugel. Ein grüner Flügel. Toc-Toc hat die Schnecke befreit. Halbkugel, Halbkugel, Kugel. Hopp-Hoppt möchte eine grüne Kugel machen. Aber wo ist die andere Hälfte? Sollen wir sie suchen? Hinter dem Busch ist sie nicht. Ameisen, habt ihr die grüne Halbkugel gesehen? Nein, haben sie nicht. Wo könnte sie denn sein? Das ist ein Spielzeug, Hopp-Hop. Toc-Toc hat daraus einen Hut gemacht. Ha, zwei Hüte. Halbkugel, Halbkugel, Kugel. Wenn man jetzt die Kugeln aufeinandersetzt, bekommt man eine Ampel. Rot. Schnecke, bei Rot musst du anhalten. Gelb. Mach dich bereit. Und grün. Jetzt darfst du weiter, Schnecke. Die Ampel ist grün. Hopp-Hopp möchte die rote Kugel von der Rutsche rollen lassen. Jetzt haben wir zwei Halbkugeln. Toc-Toc lässt zwei Kugeln gleichzeitig runterrollen. Wo ist denn die kleine Eule? Toc-Toc, siehst du sie? Überraschung. Toc-Toc liebt Überraschungen. Was denkst du, was in der Kugel ist? Kannst du sie aufmachen? Die Kugel ist aufgegangen. Da war ein Traktor drin. Traktor. Traktor. Hopp-Hopp baut etwas. Was ist das? Ein bunter Turm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Der Turm besteht aus sechs Teilen. Los geht's, Traktor. Haha, jetzt müssen wir einen neuen Turm bauen. Oh, herr. Also, später. Oh, herr. Auf locate's. Hinart.